Zäune sind wie ihr Grundstück selbst, Teil ihres ganz persönlichen Ausdrucks. Zäune geben Geborgenheit. Sie sorgen für Privatsphäre und bieten Kindern und Tieren Sicherheit und Schutz. Sofern sie nicht vergessen abzuschließen. Und jetzt kommen wir von Townshorn ins Spiel. Sie wissen selbst am besten, was sie mit ihrem Grundstück anfangen wollen. Aber bei dem Drumherum können wir ihnen sicher ein wenig helfen. Ich zeige ihnen mal, wie einfach das bei uns geht. Auf unserer Internetseite können sie sich schon zu Hause ihren Wunschzaun ganz bequem aussuchen. Da unser Familienunternehmen für Komplettlösung steht, finden sie in unserem Online-Shop viele weitere Ideen zur Verschönerung ihres Grundstücks. Naja, der gehört eigentlich nicht dazu. Sehen Sie, ziemlich einfach, oder? Ganz egal, welche Anforderungen Sie an Ihren Zaun haben, in einem Vor-Ort-Gespräch oder an unserer Service-Line helfen wir Ihnen gerne, Ihre Vorstellungen umzusetzen. Und wenn wir gemeinsam wissen, wohin die Reise geht, kümmert sich unser Aufbauteam um den Rest. Also, worauf warten Sie noch?